um doch passiert ist ich glaube nicht passiert ist das nicht tschüss bank was war flott was alles bank ist also zumindest hier auf bronzeniveau da da wird bank doch konsequent rausgevortet ja mehr ist es ja nicht was wir hier gerade machen also unsere kollegen zumindest nicht wir sind eigentlich platin niveau aber ja da ist hier im deckel rausgenommen ich guck erstmal was die kollegen machen der nico ich hab blitz rausgenommen ja da unterstützt dich sogar da unterstützen dich auch da mach ich doch auch mit und tschüss ajk ghost hat sie zu ja im not reda hat mich auch reingeladen im not reda ach ja die ja verstehe im not reda im not reda im not reda im not reda Stefan hat geschrieben, ach guck mal, die will immer noch Franzl Schwanz abbeißen. Wo war denn? Und die Frage ist, wo gehen wir denn hin? Wenn Keller, dann weiß ich nicht. Ich mag Keller nicht angreifen. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Keller ist cool. Das ist gut. Das ist gut. Oh, oh, wenn. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Und die haben Kap Canezo. Kap Canezo. Oh, und hinten haben die den Durchgang gemacht. Ach, interessant. Intre, intre, intre. Das ist ja richtig interessant. Ja, deswegen hab ich's doch gesagt, du Arschloch. Ja, deshalb hab ich's doch, äh, wiederholtes oder bestetigt, dass es jetzt ist. Puh. Das geht ja ganz schön steil, wa? Das geht ja ganz schön steil, wa? Oh nein, dann genau dann kommt ja... Ohhhh. Ja, ich hab mit Lukas mitgegangen. Ja, ist so. Nimmst du meine Drohne? Ja, hab ich. Komm, was kommt, was, 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 ich markiere. Ich hab' mit dem Drohne. Ich hab' mit dem Drohne zerstört. Ja, ja, hat er. Ich hab' mit dem Drohne zerstört. Ja, ja, hat er. Ein nur 3D kommt von der anderen Seite, vielleicht kriegt er den. Werfer Rauch, Karl-Atter. Nö, kriegt er nicht. Fuck! Nur noch einer vom eigenen Trupp. Komisch, erste Runde. Da war noch einer hinter dir. Ach! Äh, Passi liefert, schreib's Stefan. Safe call. Ja, passiert. Boah! Oh! Faktor und Zweiten bekommen. Ja, schade. Ah, ich den einen Typen einfach mal geholt. Oder er hätte Passi einfach mal drin gemacht. Ja, hätte... Er hätt' ich einfach mal gemacht, ne? Ist so. Was? Jetzt haben wir uns eingeladen, dann sind wir beide Letzte vom Team. Das ist auch nicht so repräsentativ. Ich hab' wenigstens nen Kill. Ja, ist okay. So, oben haben die gewonnen, jetzt geb' ich nen Keller. Was nehm' ich denn? Ich nehm' die Moni, weil die so OP ist. Monika! Annah! So. Ok, das ist, glaube ich, wieder cool. Nee, Küche, Esszimmer, woher nicht. Ja, was hier bei Bombe so abhebt, ne? Vielleicht hätten wir viel früher Bombe spielen sollen, da gehen sie ja alle gar nicht in den Keller bei Bombe. Ja, genau. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Sie waren auch selber schön, dass wir uns immer über den Keller abfacken mussten. Noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Wo gehen wir denn lang? Äh, hier vorn immer diese Scheine, oder? Achso, ja, können wir mal. Der Magazin ab! Oh, da liegt der Laufertreiber, aufpassen. Puh, ich weiß nicht, wer da funktioniert. Die Handler. Jochen. Ist noch einer hinten hier einfach den Gang entl- Oh, man. Einfach geradeaus durch in der Tür, da waren... Ich glaube, ich hatte aber zwei sogar den anderen gesehen. Deine Tür. Mhm. Mhm. Gibt es von die Außentür eigentlich? Äh, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich dir nicht... was ich hier nicht sagen. Ne. Nö. Nö. Läuft irgendwie was bei dir. Nö. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Kollege ist im Raum gestirmen. Kannst mir da ne Drohne hinstellen? Nö. Jo, kommt einer, kommt einer, kommt einer, kommt einer. Ja, keine Muni mehr. Ah, fuck. Ich muss deine Waffe wechseln. Ja, scheiße, ja. Unglückliches Timing. Boah, der hat mich auch mit der Pistole geholt. F***er. Boah. Boah. Jetzt müssen sie aber in den Keller gehen, oder? Ja, jetzt haben sie aber alles gewonnen, jetzt müssen sie in den Keller gehen. Schön. Schön asozial. Ja, mit wem verkack ich jetzt? Merkst du's selber, ne? Tja. Was soll ich sagen? Ich hab, ich hab meine Munition verschossen. Ja, wir spielen auch noch acht Spiele, ich mein Rang haben. Achso, okay, scheiße. Ja, ich muss gar nicht anfangen. Mit so einer Grütze. Sorry. Ah, Capitao, sorry Stefan, das hab ich zu spät. Das, also, Verzögerung, also, ne? Der Stream hing zu weit der Realität. Ja, ja. Als ich da noch hätte drauf reagieren können. Jetzt fliegt bestimmt unser Nomad raus. Nomad. Nomad. No. Und so. Hm? 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 Wir müssen eine Bombe aufschwüren. Schon wieder nicht Keller. Soll ich denn jetzt Punkte kriegen, wenn ich immer in den Keller fahre und da keiner ist? Pff. Was bleibt denn überhaupt übrig? Ah, fuck. Was hab ich sogar gesehen? Das ist der große Saal, oder? Ja, und der zweite Raum? Wo hänge ich gerade so krass, oder hängt der Typ so krass? Du bist flüssig im Sprecher. Ich glaub, der... Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Jo, was machen wir? Welche Kondiose Idee hast du das mal? Äh... Oben irgendwie und runterfuseln? Äh, keine Ahnung. Und wieder einmal weniger. Oben runterfuseln, alles klar. Ah, zwei sogar. Guck mal. Nee, so holen wir das Ding noch. Oh, geht nicht draußen. Wo? Wo hinten. Ah, wir brauchen den Entschärfer. Ah... Oh! Ich kenn die ganzen Fenster nicht mehr. Ich stand einfach am Fenster. Ich... Ach, soll ich noch... Scheiße... Ja, Lucas, komm, zeig mal was du kannst. Ah ! Ja, gehen gleich auch von ihm dran. Oh...! Ja, weder gibt lebens kaufen! Na ja, deiner ist hier bei mir. Der alte Drück. Ja gut, ich brauche mir meine Munition ja hier gar nicht aufzubewahren, also die Runde ist eh verloren und dann bewahre ich mir meinen Skill für die nächste Runde auf, also machen wir das einfach so. Wollen wir mal wieder mindestens einen Kill sehen, ja? In dieser Runde noch oder nächste? Äh, in dieser noch einen und in der nächsten 10. Tja, und was spielen wir denn mal, wa? Hat's gelegen jetzt hier, ne? In welchem Raum spielen wir noch mal? Oh, überhaupt schon. Ach, da oben. Tja, dann nehmen wir doch mal einen Fallen mit, wa? Bäh. 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 Wie. Bäh. 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 Ich hoffe, er hat uns gehofft. Nudeln. What's the butt 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 do? Wand gesichert. Die machen doch alles auf, die Wichser, ne? Achtung, hier sind schon welche. Hier. Wo ist hier? Doppelfenster. 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 Magazinwechsel. Hier ist der Diffuser. Wo bist du? Ist markiert. Da. Ich mach hinten mal wieder mein Fenster zu. Loll. Okay. Merken, durch diese Laserfalle darf ich keine Läsionvolle werfen, weil davon geht beides kaputt. Obwohl es deine ist? Krass. Ja. Schlieke. Dann macht es wohl doch Schaden, die Fallen. Würde ich dir auch behaupten. Ein Gegner verbleibt. Ich empfieh dir so. Der ist bei mir. Ach, weißt du. Ach, ist doch wieder. Jetzt müssen wir hier drei Runden aufholen. Ja doch, der war bei mir jetzt. Richtig gut. So, du hast einen Kill verlangt. Ich hab einen Kill gemacht. Ja, alles gut. Hab ich irgendwie was gesagt? Ich würde es noch nicht gedacht haben. Ja, jetzt kannst du noch mal einen machen. Dafür müsstest du den nächsten Runden weniger machen. Das war ein Auffizierter. Und ich hab's gegenseitig gemacht. Ist mir das. Ich hab's gewonnen. Ich hab's wohl abgenommen. Ich hab zwei Jungs weitergekommen gemacht. Ich hab's ge somehow. Ich hab's gewonnen. Ich hab's lange gemacht. Ich hab's noch. Ich hab's schon geändert. Ich hab's die erste Runden. Ich hab's mit dem Heiligen Lemker. Da haben sie sich auch zu sicher gefühlt, ne? Ich glaube, 4-0. Ich glaube auch, dass sie uns kurz wegklatschen, aber nicht mit uns. Nee, nicht mit uns. Hab ich gesagt, Lukas macht noch mal einen Kill und dann hat er gemacht. Das mach ich halt auch. Ich brauch halt auch manchmal so ein bisschen... Ein bisschen Triezen auch, ne? Ja, ich brauch halt manchmal Befehle. Was? Hm? Blindergehorsam ist noch mal gar nicht so unangebracht. Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Was geht der denn hier, wie wild? Was? Lukas, stirb. Warum schreibst du sowas, Stefan? Achso, wegen Befehlt. Nee, äh, das will ich nicht, ähm, das... Das... Nee, nee, nee. Die Bestandorte sind sicher. Zu euch hier, ne? Ich bin bei der Tür. Schädling draußen. Wand verstärkt. Also Treppe da. Genieße die Aussicht. Nachladen. Bei mir ist einer. Dann gefrackt. Oh nein! Oh nein! Fuck! Da war ich grad mit meiner... Oh, die Evo ist krass. Der hat über der Treppe-Classic aufgemacht. Genau als ich da... Oh, fuck! Oh, fuck! Hinter mir auch. Ich hab... Der Evo voll verzogen. Die Kollegen macht das. Ich hab angekillt. Vom Hausy. Na, nicht vom Hausy, okay, aber... Ja, gut, das ist aber auch ein bisschen viel verlangt, ne? Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt. Nee. Klappt ja super, ey. Also die Bira-Taktik hat ja grad super funktioniert. Die ist da einfach gegenseitig. Toll, klar. Naja, gleiche Statistik wieder. Äh, gut, es passiert ne, grad ne Assi mehr, aber... Noch auf dem zweiten Platz vorgearbeitet. Ist okay, ist okay, ist okay. So, können wir jetzt mal vernünftige Teammates und Kollegen... Also... Teammates hinter Kollegen normalerweise. Und ähm... Gewinn ich schon, ja. Gewinn ich schon. Gewinn ich schon. Noch sind wir Silber-Niveau hier, das gefällt mir. Noch sind wir Silber-Niveau. Haben wir schon mal ein Rangmatch gewonnen? Ja, gestern. Und davor den Tag? Nee. Oder haben wir da mit Tommy eine Runde gewonnen? Ich weiß es nicht. Nee, da haben wir, glaub ich, auch beide verloren. Hahaha. Fühlen wir gut. Ja, ja. Ja, gut, die, die... Ich bin immer noch der Meinung, die, die erste Runde heute hätten wir gewonnen, wenn... Wenn wir zu fünf geblieben wären. Ja, ja, dann machen wir was als Kollegen. Ja, ja, logisch. Das hätte auch gereicht, wenn wir zu fünf geblieben wären, das hätte gereicht. Ja, das hätte gereicht. Die Runden waren eigentlich immer recht knapp. Außer die Letztzeit haben wir uns überrascht, aber... ... ... ... ... ... ... ...